Hallo liebe Gründer und Gründerinnen da draußen, ich freue mich euch heute auch wieder bei einer weiteren und hoffentlich spannenden Session begrüßen zu dürfen. Heute wollen wir eine Art Lessons learned abhalten und die sogenannten Do's and Don'ts, die bei der Erstellung eines Businessmodells gibt, besprechen. Kommen wir zum ersten Punkt, der Anfang. Oh mein Gott, wie und wo fange ich an? Ich sage dazu nur, immer, 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 immer mit der Value Proposition beginnen. Bevor diese nicht klar ist und ein entsprechendes Fundament vorhanden ist, ist der Rest irrelevant. Fokussiere dich immer wieder auf den Kundennutzen und den USB. Du solltest einen Nutzen für den Kunden erzeugen, also entweder ein Bedürfnis stillen oder ein Problem lösen. Und du solltest deinen USB kennen und wissen, wie du dich vom Mitbewerb differenzierst. Denk immer daran, das beste Konzept, die beste Präsentation und das beste Produkt hilft dir nichts, wenn es nur für dich das Beste ist. Denn denke an deine Zielgruppe und teste, was will sie, was braucht sie, was kauft sie und was ist für sie das Beste. Und wenn du diese Dinge für dich beantwortet hast, dann geht's richtig los. Klare Botschaften oder stay simple. Was war deine Idee nochmal? Irgendwas mit Produkten? Wenn du den Kundennutzen und den USB klar für dich identifiziert hast, dann drücke diese auch klar aus. Das ist ein goldener Schlüssel für die Kommunikation. Egal ob mit deinem Team, deinen Partnern und Partnerinnen oder deinen Geldgebern. Du solltest Menschen, die noch nie zuvor von deiner Idee gehört haben, in drei einfachen Sätzen erklären können, was du tust, wofür es gut ist und wie du damit dein Geld verdienst oder zumindest verdienen möchtest. Denn nur wenn der Rest um dich herum versteht, was du tust, kann man mit dir arbeiten, kann man mit dir kooperieren und kann man dir eventuell auch Geld zustecken. Der dritte Punkt unserer Don'ts ist die Ungeduld und die Unterschätzung. Nach wo fange ich an, kommt wann wird es endlich fertig. Wenn wir den Kundennutzen und den USB klar definiert haben, versuchen wir das große Ganze, also unsere Leinwand zu sehen. Ein Canvas auf einem leeren Rahmen zu erstellen, ist gar nicht mal so einfach. So schön es sein kann, auf einem weißen Blatt Papier anzufangen und so einfach sich die gestellten Fragen auch anhören, so schwierig kann diese Beantwortung werden. Dabei immer versuchen das große Ganze und im Speziellen die Zusammenhänge zu sehen. Hier darfst du einfach nicht ungeduldig sein. Es ist ein Prozess und man muss die Leinwand auch einmal weglegen, ergänzen, löschen, um und überdenken, um so iterativ und Schritt für Schritt zu einem Gesamtbild zu kommen. Lieber länger planen, als zu schnell in die falsche Richtung rudern. Da diese Planung und Erstellung des Canvas oftmals im Team stattfindet, kommen wir zum nächsten Punkt. Die Uneinigkeit. Bei dem unter Umständen länger andauernden Prozess kommt es zu vielen Überlegungen und zu vielen, vielen Diskussionen. Dabei kann es vorkommen, dass man sich im Team nicht immer ganz einig ist. Ich sage, gut so. Warum? Weil ihr damit die Chance habt, das Beste aus den unterschiedlichen Betrachtungsweisen zu ziehen. Wichtig dabei ist, dass ihr den Respekt gegenüber und einen klaren Kopf behaltet. Überlegt und bewertet Ideen und überdenkt, was das Beste für euer zukünftiges Unternehmen ist. Dabei muss man auch mal zurückstecken, umdenken und einen besseren Vorschlag annehmen. Seht es als Chance. Als Chance der unterschiedlichen Blickwinkel und als Chance, dass ihr euch jetzt schon sehr intensiv mit der Thematik und mit euch selbst auseinandersetzt. Jetzt, also zu einem Zeitpunkt, wo man noch vieles, zumindest sehr viel leichter, überdenken kann. Ein Prototyp ist schnell gemacht und die womöglich falsch eingesetzte Zeit leichter verkraftbar, als wenn ihr viele Stunden Entwicklungszeit falsch, womöglich auch mit dem falschen Partner investiert. Fünftens. Alles auf einmal und auch Overengineering. Auch wenn ihr wisst, was ihr wollt, wenn ihr gut im Team funktioniert und eine tolle Vision habt. Nicht alles auf einmal. Auch wenn man glaubt, das perfekte Produkt zu haben, so darf man sich nicht nur in seine Idee verlieben und dabei alles um sich herum vergessen. Das Business Model Canvas ist dafür eine gute Möglichkeit. Es erinnert euch daran, euch zu fokussieren, zu priorisieren und auch an den Wertestrom und eure Einnahmen zu denken. Womöglich bist du auch im technischen Bereich unterwegs und arbeitest mit einer innovativen Technologie. Auch hier kann man viel Herzblut reinstecken und das ist auch gut so. Und eventuell sogar eure USB. Aber auch hier gilt, nicht zu detail verliebt sein. So hart das klingen mag, in erster Linie interessiert die Technologie den Kunden nicht. Entscheidend ist, wird mit der Technologie ein Problem gelöst oder ein Bedürfnis befriedigt. Beginnt mit Prototypen, mit Versionen, die ihr stufenweise ausbauen und testen könnt. Testen sowohl in der Funktionalität als auch am Markt. Und bedenkt, auch Rom wurde nicht in einem Tag gebaut. Und auch nicht das iPhone. Also, take your time and step by step. Der letzte Punkt, sei aufgeschlossen. Auf keinen Fall zu Hause und auch nicht in der Garage einsperren. Geh hinaus und erzähle der Welt von deiner Idee. Du wirst wertvolles Feedback bekommen. Viele haben oft Angst, dass wenn sie mit einer Idee oder mit ihrer Idee hausieren gehen, dass sie geklaut wird. Dazu ist zu sagen, wenn du meinen Punkt 2 berücksichtigst und eine klare Botschaft sendest, also deine Idee in drei Sätzen ausdrückst, kann auch nicht so viel geklaut werden. Du musst nicht den kompletten Konzept inklusive Blaupause hergeben, sondern du musst von deiner Idee erzählen. Du solltest Feedback bekommen und eventuell Investoren neugierig machen oder auch herausfinden, ob dein Produkt oder deine Dienstleistung am Markt überhaupt gewünscht ist. In einer Welt wie der heutigen muss man sich auch bewusst sein, dass die Idee natürlich abgekupfert werden kann. Aber, und hier sind wir wieder beim Kundennutzen und USB. Du hast einen Vorsprung. Du hast dich intensiv mit einer Idee auseinandergesetzt und da muss dich jetzt erst einmal jemand einholen. Und wenn es wirklich so einfach ist, dein Produkt oder deine Dienstleistung zu kopieren, solltest du das wirklich dir auch zu Herzen nehmen und noch einmal über deinen USB nachdenken. Denn auch wenn du dein Produkt oder deine Dienstleistung am Markt eingeführt hast, wird es diese sogenannten First Follower geben, die auch dort sehr schnell dich verdrängen können. Außerdem neue Menschen und neue Ideen. Unterschiedliche Perspektiven können sehr befruchtend sein und dich und deine Ideen beflügeln. Das waren meine persönlichen Eindrücke. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Do's and Don'ts im Diskussionsforum mitteilt. An dieser Stelle darf ich mich auch verabschieden und wünsche euch eine gute Reise und freue mich auf die nächste Session.